Hey, 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 ich bin's wieder und ich habe eine weitere Among Us Folge für euch, so wie jeden Tag. Wenn ihr keine verpassen wollt, dann denkt doch mal drüber nach, auf den Abonnieren-Button zu klicken, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann denkt doch mal drüber nach, einen Daumen nach oben zu geben, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, dann denkt doch mal drüber nach, einfach einen Kommentar zu schreiben, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, tschüss. War eine schöne Runde. So, Chat geht weg. Dann haben wir da noch, Juli macht. Trash. Zusammen mit Schwarz. Okay. Philipp macht Asteroids. Wo war er, Philly? Gut, er stand doch gerade noch in uns in Navigation, wenn es nicht gelaufen ist. Ja, Blest war auch gerade kurz noch da. Blest war gerade auch noch bei mir. Wo war er in der Kiel? Ich war wo? Navigation irgendwo. Navigation quasi neben dem Wind. Dann würde ich Chantal erst mal ausschließen. Juli habe ich glaube ich auch noch gesehen. Juli habe ich noch gesehen und... Man sagt, ich bin nicht in Navigation. Doch, du warst gerade in Navigation. Du warst gerade in Navigation. Ich bin nicht in Navigation. Dann bist du in Wendel. Nö, ich bin links rausgelaufen, weil es ihr reingelaufen seid. Wo warst du? Ich habe zwei Leute von mir gesehen. Ich war in Weapons oben. Hab Philipp beim Asteroid machen zugeguckt, bin da unten gelaufen. War kurz in Navigation, hab eine Task gemacht, bin bei da unten. Okay. Ja, ich war in Kameras, aber ich habe echt nicht drauf geachtet. Also ich habe irgendwie gesehen, aber es kann sein, dass es stimmt, was vielleicht. Also das Ding ist, die Vision ist nicht vorhanden. Ich habe anfangs der Runde versucht wieder zu gucken, wer wohin läuft, damit wir schon mal Leute ausschließen können. Also Bartpanda und ich waren drei, alle drei links. Ja genau, ich habe nämlich paar Leute nach links laufen sehen. Also derjenige, der in Security war, müsste auch gesehen haben, wie ich nach unten gelaufen bin. Ja, wie gesagt, ich habe nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich habe nur deine Farbe einmal gesehen. Leider habe ich erst in die Kameras geguckt, als ich glaube Chantal in Navigation rein ist oder so. Ja, ich war aber mit ihm runtergelaufen, als das Licht ausweicht. Ich würde ihn jetzt erstmal ausschießen, glaube ich. Wer war jetzt alles Navigation? Du musst auf das runtergelaufen. Also ich habe Jule, ich habe Navigation, ich war Weapons und dann O2. Ich meine, ich habe Orange gesehen. Also nicht in Navigation safe nicht. Also außerhalb von Navigation habe ich niemanden gesehen, aber es ist halt echt schwer, wenn das Licht aus ist, irgendwas zu raffen. Also ihr wart legit alle rechts, außerhalb von Pandabart und ich. Oh ja, ich habe anfangs den paar Leute nach links gelaufen lassen. Pandabart und du? Wir waren alle links, ja. Ja, ja. Gelb gesehen. Perfekt. Schwierig, Leute. Na, ich vertraue Sola. Ich vertraue dir noch nicht. Ja, muss doch nicht. Alles gut. Wo war Chantal? Da war es einen schicken Hut. In Navigation. Danke, Sola. Im Real Life oder in Game? Schwarz, Blau, Orange. Rot, gut. Und Rot? Ja, Chantal war auch in Navigation. Ich meine, ich bin muted. Schwarz, Blau, Orange und Rot könnten Philipp getötet haben. Schwarz, Blau, Orange und Rot. Einer von den Vieren. Schwarz, Blau, Orange und Rot. Okay, Panda ist im Admin Panel. Sind generell relativ viele Leute auf der... Unser Burrito ist natürlich gerade hier. Orange. Und Gelb, ne? Komm, wir holen wollen es jetzt einfach. Schauen wir mal, wie lange es dauert. 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 Mikrofon aktiviert. Ah, okay. Wo habt ihr Tamina gefunden? El kille doble. In Simile. Weißen, wo ihr wart. Wo? Es war ein Double kill, habe ich gesagt. Sicher. Ja, weiß ich nicht, aber die Zeit war schon relativ... Oder? Hatt es für zwei Kids gerecht? Können zwei Einzelne gewesen sein. Also ich habe Tamina zuletzt in Communications gesehen und mir kam aus Storage Bart entgegen. Deswegen wollte ich gerade wissen, wo der Kill war. Ich war gerade in Admin. Aus Storage Bart? Aus Storage kam mir Bart entgegen. War das nach rechts gelaufen. Ja, also Mazzard war mit mir in Admin für 20 Sekunden ungefähr. Bisschen länger vielleicht sogar. Aber ich habe dich nie gesehen Bart, ich war die einzige Person in Electrical die ganze Zeit. Nee, nee, nee. Es war während das Electrical fixation. Nee, Bart ist von Shields Richtung Storage gelaufen. Genau. Das habe ich gesehen. Warst du derjenige, der das Licht gefixt hat von da? Ja, ich war auch die einzige Person, die da überall riecht. Wo warst du? Nee, ich war auch da, aber ich habe nicht gesehen, wer das Licht gefixt hat. Ich war... War das gerade wie angegangen, als ich reingelaufen bin. Achso, ja, das war ich, aber ich habe dich nicht gesehen. Kann aber eine andere Sprite auswählen. Ich war zuerst Mad Bay, habe meine beiden Tasks gemacht, also die Chemiebalken und den Scan und dann bin ich dann links zur Security gelaufen. Und kurz bevor ich an den Kameras war, ist halb Ding uns gekommen. Chantau, warst du? Ich bin ganz am Anfang der Runde mit Panda und Admin gewachsen. Jetzt am Ende, jetzt am Ende. Dann bin ich, ja, Storage, Communication, Shields und Navigation. Okay, die Leiche... Aber wenn ihr nochmal auf den ersten Kill zurückgeht, da sind doch jetzt zwei Leute rausgefallen, oder nicht, mit Orange und Lila. Ja, Chantau lässt... Nochmal ganz kurz, die Leiche war Admin raus Richtung Cavetria, also am Eingang eigentlich schon in Cavetria. Bei der ersten Leiche, die erste Leiche war Navigation, right? Wer war nochmal des Links? Die erste Leiche war Navigation. Braun, gelb und... In der ersten Runde waren Panda, Bart und ich links. Okay. Aber das muss ja irgendwo noch nichts heißen, ne? Also Chantau könnte einer sein. Ja, einer von uns dreieinhalb, die... Wo warst du gerade eben? Chantau würde sogar Sinn machen, wenn dein Perfing Storage Communication Shields war. Wo ich eben gerade war, äh, Admin, Storage, Communication Shields und dann Navigation. Ja, 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 und Tamina war... Aber Bart, Sola und ich sind jetzt nicht safe, wir sind... Ja, aber einer, wir müssen ja nur einen finden erstmal. Drei, einer von den dreien ist... Also wir splitten beide Gruppen erstmal, weißt du? Ja. Mikrofon muted. Ja. Jetzt natürlich einfach aus, ähm... Einer Gruppe quasi einen rauspicken. Wir können natürlich auch zwei machen, theoretisch. Und dann einen rauskicken, haben wir gewonnen, ne? Quasi aus einer Gruppe einen rauspicken. Chantau zum Beispiel. Darf nicht weg. Bart ist Sass auf Chantau, sprich, den wollen wir auch nicht weg haben. Sola, äh, ähm, macht ein bisschen mehr Sinn, glaube ich. Ich glaube, Sola ist der Kill, den wir haben wollen. Frage ist, wo der gerade ist. Hier nicht. Burrito läuft nach links. Okay. Security und Electric, wir sind ein paar Leute. Warte, smarten Panel. Das Licht geht aus. Das ist eine schlechte Sabotage, weil ich nicht... Wir wollen die Leute natürlich einfach nach rechts kriegen, jetzt gerade. Ich wünschte, er hätte mich da einfach sabotieren lassen. Aber wir kriegen das trotzdem hin, denke ich. Ich werde Sola haben. Da ist er. Warte, muss weg. Hilft nix. Sola war dann dementsprechend safe, I guess. Wir haben noch nicht gewotet, bald. Wir haben da auch, ne? Das heißt, wir brauchen noch wen. Also von der ersten Gruppe, von der, von der Linksquadro. War das in zwei Leute gestorben? Ja, das sind zwei gestorben. Ja, aber beide aus der linken Gruppe. Wo wurde denn Sola gefunden, Mazat? Äh, so, warte. Sola lag quasi, wenn du von Search of Electrical gehst, da der Flur direkt. Blaise, du bist gerade zu mir hochgelaufen, right? Ja, da bin ich gerade hergekommen. Ja, und ich habe gerade noch gesagt, weil ich vor der Tür stand von, äh, von Security. Hey, irgendjemand macht die Tür hinzu, dass man nicht sieht, wie man da langläuft oder so, aber... Ja, aber das wäre ja mega dumm, wenn ich mich mit der Leiche einschließen würde. Kann ja auch ein Zufall sein, ne? Alles gut. Außerdem ist die Frage, auf welcher Seite die Leiche lag. Lag sie vor Lower Engine, Mazat, oder schon in Lower Engine? Nein, die lag gar nicht in Lower Engine. Die lag quasi Storage vor, also links Storage direkt, wenn du in den Flur reingehst. Warte, warte, die lag im Storage oder in den Flur? Nein, 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 das ist, wenn du zu Electrical gehen willst, dann gehst du direkt, ja, betrittst du den Flur. Also an der linken Tür? Genau. Okay. Boreto, wo warst du gerade? Ich kam gerade aus dem Northern Upper Engine. Chantau, wie bist du eigentlich gelaufen? Weil ich habe dich in Navigation gesehen und wo kamst du? Ja, das würde mich auch interessieren. Weil über Weapons kannst du ja nicht gekommen sein. Ne, ich kam von unten wieder, von Communication Shields und dann Navigation Dick. Und du hast die Leiche nicht gesehen? Ich bin da nicht durchgelaufen. Problem ist halt, Boreto könnte hochgewendet sein und von oben runtergelaufen sein. Vles könnte es gewesen sein, weil er von der Karma Mazat könnte safe reported haben. Es gibt keinen Vent in the Storage. Was mich gerade ein bisschen fluss gemacht ist... Also ich habe das Licht angemacht, im Leckwückel, bin da unten rausgelaufen und da lag noch keine Leiche und dann wurde ich eingesperrt und hab gechillt. Wenn ich Upper Engine wenden wollen würde, kannst du ihn doch einfach kriegen und dann oben reingehen. Ich würde Chantau voten, weil das würde ich erst mal nehmen. Ja, soll man Chantau voten? Ich vote auch Chantau. Ja, okay. Immer so. Warum wird die nicht voten? Ja, bringt er sonst gar nichts. Weil der Ex-Pay würde ja nur bei dir Sinn machen oder bei Wesss? Kann doch sein, dass Mazat jetzt shootet, weil sie nicht öfter ist. Ja, also kann sein, dass Mazat uns gerade playt, aber ich weiß nicht. Nein, aber Chantau war doch mit uns da, als Kutscher neben mir war. Das Ding ist, wenn ich das gemacht hätte, der Blesk, die hätten mich instant rausgevotet. Mach einmal den Mund auf und die sagen alle, ach so, okay, dann warst du es nicht. Weil ich mich schon Chantau fragt, wie ihr wendet, so bist du Crewmate? Hä? Klar bin ich Crewmate. In dem Moment, hast du die Tür? Ja, natürlich. Ich kann hier auch noch sagen, was ich ein bisschen suspicious finde, ist, immer wenn Flask quasi Imposter ist, nee, andersrum, wenn Flask Crewmate ist, dann will der quasi komplett alles overanalyzen. Und das, er hat halt gar nicht geredet, die Runde. Doch, hab ich schon. Ey, hab ich die ganze Zeit selber suspicious. Ich hab's an der Stimme eigentlich gehört. Ja, das macht ihr die ganze Zeit. Immer wenn ich Imposter bin, sagt ihr danach so, ja, der hat voll wenig gesagt, der ist sonst ein Detektiv. Aber ich hab die ganze Zeit geredet. Ich fand, also vielleicht war es auch random, aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ihr in jeder Runde, jetzt in der letzten Runde brüht ihr auch nochmal, aber dadurch, dass in jeder Runde auf dieses am Anfang Gruppenteilen eingeht, das ist normalerweise was, was du für dich selber behältst, was du nicht so ultra... Nee, das stimmt auch überhaupt nicht. Das stimmt auch nicht. Das ist einfach nur gerade so die übelste Hinzeit. Wenn ich das in der Crewmate-Runde mache, dann sagt ihr, da verliert ihr kein Wort. Aber da hätte ich dich jetzt quasi... Ich denke, ihr habt schon ein bisschen recht, ich bin normalerweise ein bisschen ruhiger, wenn ich Imposter bin. Das Problem ist, es gibt ja auch Crewmate-Runden, wo ich einfach Sachen nicht sehe und dann bin ich auch ruhiger. Das ist, glaube ich, echt schwer zu sagen. Ja, das war alles richtig. Oh Mann, ey. Ähm, da bin ich ins Schwitzen kommt, Burrito, weil mein Plan war eigentlich, Sola da wegzumachen, weil Bart ja sowieso Sas auf Chantau war. Aber dann müssen wir beide nach links laufen und alle wegmachen, die uns sehen, weißt du? Solange bis die Leiche gefunden wird. Ja, also es war halt einfach nur, dass ich dich als letzten da reinlaufen habe gesehen. Ich wusste nicht, wann der Kill gefallen ist, ne? Wenn die Leute jetzt, die Leute gesagt hätten, so in Navigation am Anfang, so. Aber das war ja auch nur eine ganz, ganz kleine. Ja, Bart hätte es natürlich wissen können, Bart hätte es wissen können, weil ich jemanden getötet habe und dann einfach von der, ja, da waren ja die Türen zu. Das kann nur ich gewesen sein. So. Jawohl, endlich wieder Mongers. Ha, super. Dann downloaden wir mit Tamina. Muss ich wieder rein, finde ich, ich habe ja gestern gar nicht gespielt, ich bin ja voll rostig. So, uploaden, ich gehe mal mit Philipp. Entschuldigung, hier lang. Mazat, Philipp. Chantau? Mazat, Philipp, Chantau. Philipp, Chantau. Philipp. Orange, schwarz und türkis sind hier in der, in der Gegend irgendwo. Hm? Türkis ist über mir. Ja, ja. Orange hinter mir, türkis ist wahrscheinlich, ah, türkis ist immer noch hier. Mit dem Upload Wix. Muss den Chat wegmachen, ne? Boop. Oha, Daydrew, Drui. Dankeschön für den Abonnenten. Oh, nein. So. Borete schon tausend bei mir. Zwei Leute da bei Engine. Security. Drei Leute. Matt bei... Kameras ausgegangen und jemand ist in Elektrical rein, oder? Das kann natürlich ein Wend-Gewild sein. Juli ist von unten reingelaufen. Ah ja. Mikrofon activated. Hallo, meine lieben Freunde. Hallo, meine lieben Freunde. Hallo. Hallo. Okay, also. Was war das denn? Die Vision soll so klein sein, ja? Ich dachte am Anfang, dass es einfach Licht aus ist. Ne, Vles, wen hast du gefunden? Ich dachte, mein Monitor wäre aus. Ich habe... Meiner ist aus. Offensichtlich Panda gefunden, weil er ist ja tot. Und der Killer ist aktuell gerade in Elektrical. Und Juli ist reingelaufen von unten, sprich sie ist es nicht. Okay. Ich bin gerade in Elektrical, aber ich bin nicht der Killer. Es kann aber sein, dass der Killer noch im Wend drin ist. Es muss nicht sein, dass er quasi schon rausgeploppt ist. Aber wer ist denn gerade in Elektrical? Ich, ich, ich. Ich war genau rechts neben Wend, also, ich weiß nicht genau, da wo der Download ist. Ist der über dem Wend oder rechts zum Wend? Da habe ich gerade meinen Download. Links oben ist der Wend. Du willst also sagen, dass das alles rausgeploppt ist. So, ne, 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 wir reden nicht alle durcheinander, bitte. Ähm, wer ist in Elektrical gerade? Ich. Ich. Hier beide schon. Tau und Mazat. War irgendwer in Matbay? Einer war in Matbay, ne? Ich bin, ich bin Matbay, ich habe mich gerade gescannt, ja. Okay, dann war der Killer vermutlich noch im Wend und ist einfach nicht rausgeploppt. Würde ich mal von ausgehen. Ähm, weil ich habe jemanden in Matbay gesehen, das war Burrito, dann wahrscheinlich. Hm? Bleibt ja nur Kutscher. Also liegt eine Leiche in Security oder was? Zur Erklärung, ich war im Admin-Panel und habe von da aus quasi schon gesehen, dass die Kamera ausgegangen ist und jemand gestorben ist und dann, ähm, Security, die Leiche liegt in Security. Okay. Bin rüber gelaufen, habe die Leiche gefunden. Ich weiß, dass eine Person mehr in Elektrical war. Es kann aber sein, dass die Person im Wend schild. Burrito war schon in Matbay, sprich, dem würde ich ausschließen. Es sind zwei Leute, die sind in Elektrical, das sind Mazat und Chantau. Wenn ihr euch beide covern könnt, ähm, dass ihr nicht aus dem Wend geploppt seid, dann kann es sein, dass die dritte Person einfach noch im Wend schild. Und Juli ist es nicht. Juli ist es nicht gewesen. Bitte? Wann bist du an mir vorbeigelaufen? Wann ich an dir vorbeigelaufen bin? Keine Ahnung. Hm. Sorry, habe ich ein bisschen langweilig gebraucht. Wann haben wir uns denn gesehen? Mazat und Chantau könnt ihr euch gegenseitig decken? Ich habe Chantau nicht gesehen, aber ich war halt auch im Download drin. Äh, ich war oben in Elektrical und habe gerade die Task gemacht, ich habe sie auch nicht gesehen. Ich habe sie auch nicht gesehen. Hm. Fischy, dass, ähm, sich zwei Leute in Elektrical nicht sehen, ne? Weil einer muss ja reingelaufen sein vorher und wenn beide oben die Task machen, fast nicht möglich, dass die sich gegenseitig nicht sehen. Äh, sprich schon... ...gut möglich, dass, äh, einer von beiden gewendet ist und in Elektrical rein. Ich habe leider nicht mehr ganz im Kopf, wie viele Leute vorher in Elektrical waren. Aber ich glaube, es waren schon... Waren es nicht? Ne, es waren zwei in Security und dann zwei in Elektrical. Sprich, wenn... Ähm, ich... Wenn, wenn wir, wenn wir mal annehmen, dass vorhin eine, vorher eine Person in Elektrical war. Auf dem Admin-Panel. Ich glaube, es war nur eine Person. Porrito ist in Security und Tamina ist, glaube ich, links in mir, ne? Ja, ein bisschen. Egal. Porrito ist in der Camp. Porrito ist nicht mehr in der Camp, okay? Mazat läuft links in den Reaktor. Ich will davon ausgehen, dass nur eine Person in Elektrical war und eine in Mad Bay. Und dass Porrito war und, ähm... Einmal Chantau oder Mazat und Yuli ist am Ende erst reingelaufen. Dann ist der zweite auf jeden Fall Chantau oder Mazat. Weil ansonsten hätte ich ja von vornherein schon die zwei Leute gesehen, ne? Je nach Timing. Kann es natürlich sein, dass einer oben reingelaufen ist, aber... Deren, deren Stories, äh... Lass mich so ein bisschen dran zweifeln. Porrito war auf der rechten Seite gerade. Läuft aber nach links. Ist halt schwer als Crewmate jetzt zu sagen, was genau Phase ist. Weil die natürlich auch beide einfach nur lost sein können, ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Leute in Elektrical stehen und... Hm. 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 Geht es aber echt klar? Hm. Die Vision ist geringer als die Body Range, ne? Also bei mir ist gerade der Button aufgeploppt. Ich habe erstmal die Leiche gesucht. Jo. Wo ist die Leiche? Ja, ja. Das sage ich noch nicht. Okay, aber ich kann es euch sagen. Also Mazat war es nicht. Das heißt für den ersten Kill kommt doch eigentlich nur Chantau... Kucha, aber das hast du in Frage. Wer war denn gerade auf der rechten Seite? Warte, warum komme ich in Frage für den ersten Kill? Weil du der einzige warst, der in keiner Form irgendwie gesagt hat, wo er war. Ne. Philipp war auch auf der linken Seite. Ich habe ihn auf der linken Seite gesehen. Aber jemand anders kann ja einfach lügen. Ich weiß nicht, ob ich ihn lower oder upper... Ja, ja klar, aber... Aber trotzdem hätte er aus der Richtung kommt dann Security oder nicht? Lass ganz kurz. Nochmal was? Hättest du nicht aus der Richtung vom Security Kill kommen können? Theoretisch, Lesk? Oder bist du zu 100% sicher, dass die Person gewendet hat? Ja, Lesk könnte es auch gewesen sein. Wenn ich das Atmen-Panel genau im Kopf gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich die Lösung. Wenn ich... Lass kurz mal die Wunde... Also die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Ich... Das sage ich euch noch nicht. Erzähl mal, was du so gemacht hast. Das Ding ist... Ich müsste es kurz wissen, weil ich hatte... Wo warst du denn gerade, Kutcher? Ich war gerade in Kameras. Am Ende. Die Leiche war... Zwischen Kamera und Reaktor. Okay. Joa. Und Bart und ich sind die ganze Zeit zusammengelaufen. In der Tat. Also Bart kann ich proven und er kann nicht... Das Ding... Das Ding... Das kann kein Self-Report sein, ja. Also wenn es ein Self-Report war, dann sind es Bart und ich. Das Ding ist, wenn... Okay, wenn Bart nicht proven kann, das ist gut, weil ich hatte die Runde... War ich auch kurz im Atmen und es sah halt so aus, ob jemand von Shields in der Navigation gewendet ist, da bin ich dann hingerannt. Und da kamst du mir entgegen, aber da war halt auch nirgends wie eine Leiche. Nee, das waren... Die Männer sind zu zweit auf der rechten Seite und sind draußen herangelippt. Ja, da war ich in der Suchführung gerannt. Ich habe Kind of Leicht und Sass auf Kutcher, weil ich in Kameras gesehen habe, wie Kutcher Chantau hinterher gelaufen ist in Navigation. Kind of Leicht und Sass? Warte, und dann hat als Sola in Navigation war, hat Kutcher in 180 gemacht und einfach Sola hinterher gesprintet. Ich bin sehr Sass, was Chantau angeht tatsächlich. Nein, weil Sola genau aus der Richtung kam, wo ich gedacht hatte, dass jemand gewendet hat. Genau, Sass bei Philipp. Ich sag, die Runde riecht nach Kutcher, ich sag sie, ist es. Riecht nach Oskar. Oskar immer duchen. M-mh, aus der Schengelgestank, der stinkt. Ach, er stinkt. Hm. Schon dort gar nichts gesagt, ne? Die Runde. Der war einfach nur Muck zu meisten Stellen. Schauen wir mal Electrical. Schauen wir mal, ob jemand... Okay, Nico Linke und Philipp. Juli, Tamina, Madbay. Philipp läuft nach rechts. Juli, Tamina, Madbay. Tamina und Bart sind bei mir. Okay, ich bin mir zu 1000% sicher, dass es Kutcher ist. Why? Weil du gerade den Kill of Bart gemacht hast, am Licht. Okay, ja. Weil sonst niemand da außer dir und mir. Die Leiche lag lit. Wait, what the fuck? Nein, 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 nein. Ich habe gerade das Licht gefixt. Also entweder war es Burrito oder du. Einer von euch. Nein. Dann war es Kutcher. Dann war es Kutcher. Ich war auch am Licht, wollte ich gerade sagen. Aber ich habe auch nur das Leichen-Icon gesehen. Hä, aber warte mal. Warum sagt Tamina, dass keiner da ist, wenn auf einmal fünf Leute hier sind anscheinend? Ich war auch da übrigens. Ich habe halt nur gesehen, dass du und ich drauf zugelaufen sind. Und auf einmal ist halt, es ist auf jeden Fall ein Stackhill gewesen. Ich habe halt deine Farbe zuerst gesehen, deswegen dachte ich, das wirst nur du. Ne, da stehen anscheinend gerade ganz viele Leute. Also ich will Kutcher sicher um den Weg den Schutz nehmen, ne. Aber diese Vermutung hat mich auch schon mal umgebrannt. Die einzige, die nicht da war, war Juli, oder? Juli habe ich in der Kantine oben gesehen. Ich war gerade bei der Kantine. Ich war auch nicht so richtig erst. Ich war nicht bei da jetzt. Also ich bin mit Tamina dahin geraten, habe mich alles teilgestellt. Und jetzt kamen Image zu mir. Juli, Juli und Chantau sind raus, weil die gar nicht dabei waren. Wer war denn gerade alles in Leitz? Ja, alle anderen fünf. Weil ich bin gerade durch die Tür gekommen und da konnte ich dann schon reporten. Ich musste also nicht erst an die Lichtschalter. Und das heißt, ich bin für mich selber natürlich logischerweise raus. Und das ist halt der Sustamp für Tamina, Kutcher, Zola und Vlesk. Also ich halte Vlesk für safe. Das Ding ist Panda, äh Quatsch, nicht Panda. Ich wollte nochmal kurz erwähnen. Bart hat Zola gegenseitig geproovt. Aber halt für einen Kill letzte Runde. Für einen Kill letzte Runde, das ist richtig. Also das heißt nichts theoretisch. Aber ja. Das ist eine interessante Runde. Weiß nicht, diese Runde riecht für mich ein bisschen nach Kutcher. Ich weiß nicht warum. Ja, für mich auch. Riechen? Was für Riechen, Leute? Du warst jetzt bei allen drei Kills auf jeden Fall in der Nähe. Ja. Aber guck mal. Warum sollte ich letzte Runde sagen, dass ich in der Nähe von Leiche war? Ich wüsste doch dann, wo die Leiche ist. Ja, weil du dann lügen müsstest. Ohne Reverse Mind Game. Ich hätte ja nicht mal sagen müssen, dass ich an den Kameras bin. Ja, aber du hättest ja lügen müssen, wo du bist. Und damit hättest du dich ja auch einfach denken können. Außer Philipp. Vorito, Tamina. Ich bin auch nachher erst gekommen. Das sagst du natürlich gerade. Aber das juckt uns nicht, weil wir haben es ja nicht gesehen. Mikrofon muted. Heute spielen wir mal ein bisschen ruhiger. Ich will nicht jedes... Ich will nicht so laut werden in Gesprächen. Ich will das einfach mal ein bisschen... Mal gucken, ob das geht. Oder ob ich dann dauernd unterbrochen werde. Ähm. Die Leute haben es schon rechts. Kutsche hatten wir zu oft keine Alibie gehabt. Äh... Gelb. Das ist sogar gelb nach... Rechts. Aber läuft jetzt doch nach links und läuft jetzt nach oben. Orange und blau. Orange und blau sind alle links. Rechts wieder an. Sehr gut. Lila... Blau... Oh! Mikrofon activated. Ja. Das war unglücklich. Das war unglücklich, weil... Schade, Vlesk. Schade, schade, schade. Ich stand in der Vision Range von Zola. Der hat gesehen, dass ich es nicht gewesen bin. Das wäre natürlich jetzt auch, wer der zweite Imposter ist. Hä? Zola hat gerade Dings weggemacht. Lila... Lila... Hast du das gleiche gesehen, ne? Ja. Natürlich. Also Lila... Ich habe gesehen, wie Kutscher ihn weggemacht hat. Nein, natürlich hast du das gesehen, weil du... Du warst in vier Runden bei 4Kids immer in der Nähe. Oh, das ist so dreckig. Und jetzt macht diese ganze Admin-Scheiße von Vlesk aus der ersten Runde auch Sinn. Hat das nur Sola gesehen? Hat das nur Sola gesehen? Vlesk, du warst auch da, right? Mhm. War Philipp. Okay. Ich bin mir zu tausend Prozent... Safe call, ja? Ja. Das ist so ein von euch. Könnte natürlich auch jetzt das Omega-Mind-Game sein und Vlesk... Und Vlesk verkaufen sich jetzt... Das Ding ist, natürlich muss Vlesk jetzt Sola covern. Weil Sola ungünstigerweise, genau von unseren beiden Augen, immer weggemacht hat. Kutscher, du warst vier Kills in Folge immer an der Leiche. Du doch auch! What the fuck? Ich war schon so... Ich war schon so... Nee, 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 nee. Tami, lass dich von dieser Scheiße nicht... Du warst beim ersten Kill... Kutscher, du hast mich so oft schon verkauft, als wir zusammen... Ja, erzähl, Kutscher, erzähl mir. Kutscher, erzähl mir, was war beim ersten Kill? Erzähl mir. Du warst beim ersten Kill bei den Kameras. Nein, bei Admin. Was war denn der erste Kill? Der erste Kill war auf Panda. Yo, und da war ich in der Cafeteria, was Bart bestätigt hat. Es gibt ja zwei Impostor. Zwei für den Kill, warst du an der Kamera... Ich sage, dass ich bei der Scheiß-Leiche bin, was... Kein Sinn machen würde. Bei der Kill war ich auch nicht an der Kamera. Natürlich war das... Das war der Kill auf Panda, oder nicht? Ja, aber ich war zu keinem Zeitpunkt an der Kamera. Da kommst du nicht mehr raus, weil ich ja gerade... Ich stand ja... Ich bin ja eh schon gevotet, aber... Darf ich ganz kurz? Es geht mir nur darum, dass Tamina noch sieht... Whatever. Es wäre schauss egal. Da kommst du nicht mehr raus, weil ich in der Vision Range von Zola war Und du hast Insta nicht geblämpft. Ja, natürlich! Weil du ihn coveren musst, Flask! Ohhhh! Mein Gott, Mann! Butcher ist so gut! Holy Shit! Oh! Guter Versuch. Der macht's halt. Ich könnte natürlich genau wissen, wer der zweite ist, ne? Ähm... Wenn ich darauf geachtet hätte, wer wen weggemacht hat... Hat Philipp jetzt Burrito weggemacht? Oder hat Philipp schon Tau weggemacht? Das ist nämlich die Frage. Ja, ich hab die Farben leider ein bisschen durcheinander gebracht. Da hab ich nicht aufgepasst. Ansonsten wüsste ich jetzt automatisch auch, wer der zweite ist. Keine Frage. Aber die Sache ist, äh... Jo... Bevor sich die Leute wieder beschweren, ist es jetzt halt einfach der Task und, ne? Ähm... Können gleich mal gucken. Ich hab keine Ahnung mehr. Mikrofon aktiviert. Okay, ich hab grad gesehen, wie das gewendet ist. Krass, ich dachte es ist... Und ich wollte erst nachgucken. Ich glaube es ist Juli, to be honest. Ja, natürlich. Sie hat grade... Sie hat mich grade wenden sehen. Ja, du warst grade bei Electric, nachdem ich's gefext habe. Aber du musst ja... Jetzt pass mal auf. Ähm... An der Stelle musst du Tamina blamen und nicht mich. Weil Tamina überhaupt keinen Stress auf mich hat. So, aber ich nicht weiß, ob Tamina oder du's sind. Aber aus meiner Sicht kann's Tamina noch sein. Hättest du Tamina geblamed, wär ich, äh... Ziemlich am Arsch gewesen. Wobei ich schon ein bisschen dachte so, dass, äh... Du der zweite Imposter warst, weil... Philipp hat grade Burrito weggemacht in Electrical. Ich war ziemlich... Philipp hat Burrito weggemacht in Electrical. Sola stand hinter mir. Und Chantau war auf einmal auch tot. Sprich der einzige, der einen Kill gemacht haben könnte. Äh... Warst du an der Stelle. Tschüss, Juli. War da gar nicht rum. Viel Spaß. Pff... Bless gewendet, ey. Also ich hätt jetzt, bis ich gestorben wär... Gedacht, dass das jetzt das Omega-Mind-Game ist und Bless der zweite ist. Ich hab auch noch richtig schöne Base aufgebaut fürs Problem. Äh... Habt ihr mich unmuted gehört? Ja, ja, ja. Ja, aber ist ja eigentlich egal, weil... Es tut mir sehr leid. Ich hab mein Hotkeys immer... Das Ding, ich dachte tatsächlich, dass, äh... Tamina die zweite ist. Weil Kutscher dazwischen und meinte so, Tamina, du musst mir einmal glauben. Und ich dachte, er wird jetzt damit proven... Ja, ich hab noch ne gute Base aufgebaut. Als Chantau gestorben ist, waren wir alle in Electrical, außer Chantau und Juli. Ja, okay, gut, die Info hatte ich natürlich nicht. Chantau, please. Übrigens hat Kutscher in unseren zwei gemeint, als man... Okay, warte. ...ein Security im Kreuz da vor der Cam liegt, hat Kutscher gesagt, er ist an den Camps dran. Yo. Dann hab ich mir so, okay, wieso realisiert das denn keiner? Ja, nein, aber die Leiche nicht in den Camps geschehen. Ja, aber du hättest ja sehen, wenn das vorbeiläuft oder so. Ja, aber das wissen wir auch nicht. Äh, wir hatten... Wir hatten Security gekillt und ist dann gewandet... Hat derjenige im Wend gechillt? Ich hab mir dann gemütlich gemacht. Ah, okay, dann musst du es sogar. Ich hab ihn... Ich hab ihn...